ich habe es eigentlich im dragon monday schon mal gesagt gehabt es kommt kein halloween special in dem eigentlichen sinne es kommt einer es kommt kein halloween special okay man muss aufpassen wo man hinfliegt es gibt kein halloween special im eigentlichen sinne es gibt ein halloween special für okay es ist schwieriger als es aussah was war das ich glaube der weg nach oben ist einfacher aber es kommt eine halloween woche also es wird eine halloween woche geben und diese halloween woche startet montag und am montag wird es dann quasi auch wird es dann auch ein special let's play stream geben kein stream okay da war es schon das ende ich muss mal gucken ob ich ein bisschen näher hin kann weil mich irritiert dass ich so arg schwinge okay das lässt sich anscheinend aber nicht machen ich nehme den weg oben lang jetzt konzentrieren okay damit haben wir es geschafft ähm ja also es gibt einen ach ok das ist nur für den fall dass man unten landet okay es gibt einen halloween stream es gibt einen halloween woche so die wird stattfinden ab montag mit einem dragon monday starten und dann geht es weiter mit einem let's play stream dann geht es weiter mit einem let's play stream äh quatsch mit let's play zu halloween jetzt bin ich abgelenkt wartet mal ich brauche mich bestimmt nehm wir mal mit das ganze alter sind viele halt die falsche taste ähm genau und zwar habe ich mir vier leute rausgesucht mit denen zusammen ach da unten ist einer der wenigen typen die uns angreifen habe ich mir ein paar leute rausgesucht mit denen zusammen habe ich ein spiel aufgenommen und das wird für halloween quasi unser spiel sein was wir so streamen da wird es insgesamt sechs folgen geben da wird es insgesamt sechs folgen geben mal der checkpoint genau da wird es insgesamt äh wird es insgesamt äh sechs folgen geben genau und dann schauen wir einfach mal wie es so läuft au der arme jani muss hier ganz schön was ertragen der arme jani das ist Untertitelung des ZDF, 2020